Lenas Geheimnis Ich verlasse mich auf dein Wort. Psalm 119, Vers 42 Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Psalm 119, Vers 50 Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden leben. Sprüche 16, Vers 7 Es war an einem kalten, trüben Herbsttag, als Lena mit schwerem Herzen und bitteren Tränen von der kleinen Wohnung Abschied nehmen musste, in der sie so manches glückliche Jahr verlebt hatte. Ach, jetzt war das Schönste in ihrem Leben vorbei, so meinte sie. Ihre Mutter war längst zum lieben Heiland gegangen und gestern hatte man auch den treu sorgenden Vater auf den Friedhof getragen. Er war ein guter Arbeiter gewesen, doch bei einem schlimmen Sturz auf dem Glatteis hatte er sich schwere Rückenmarksverletzungen zugezogen und daraufhin viele Monate schwer leidend im Bett liegen müssen. Das wenige ersparte Geld war schon längst aufgebraucht und auch die Möbel sollten noch verkauft werden, um die restlichen Arztrechnungen zu bezahlen. In Lenas Tasche lag zwischen einigen Kleidungsstücken der kostbarste Schatz, den ihr die Eltern noch mitgeben konnten. Eine alte, zerlesene Bibel. So wanderte Lena einsam ihrer neuen Heimat entgegen. Diese sollte sich in einem anderen Stadtteil befinden. Ein ehemaliger Freund ihres geliebten, heimgegangenen Vaters sollte Lena aufnehmen und sich um sie kümmern. Als sie mit traurigem Herzen bei den neuen Pflegeeltern ankam, sagte Frau Linda, die neue Pflegemutter, sehr kühl, So, bist du nun da? Du wirst hier richtig arbeiten lernen. Wie alt bist du? Damit schob sie Lena ins Zimmer. Diese antwortete freundlich, 13 Jahre und ich will mich gerne bemühen, damit sie mit mir zufrieden sein können. Nun kam auch Vater Linda nach Hause und entdeckte Lena. Seine Begrüßung war ein böses Brummen. Ich kann herumstehende Mädchen nicht leiden, aber ich denke, du wirst hier arbeiten lernen und kannst auf unseren Hans-Jörg aufpassen. Nur steh mir nie im Weg, hörst du? Ich musste deinem Vater versprechen, dich nach seinem Tod zu uns zu nehmen. Nur deswegen haben wir dich aufgenommen. Hans-Jörg war ein zehnjähriger, gehbehinderter Junge. Er hatte in seinem Leben noch nicht viel Liebe erfahren und somit konnte auch er andere Leute nicht richtig lieben. Sein Vater war nicht gerade böse mit ihm. Nur dann, wenn er zu viel Alkohol getrunken hatte, wurde er grob. Die Mutter behandelte ihn hart und kühl, obwohl er ihr einziges Kind war. Ach, arme Lena, wie sollte sie nur in dieser lieblosen Umgebung leben? Lena kannte aber einen Freund, der sie liebte und sie auch sehr gut kannte. Er war immer bei ihr und ihm konnte sie alles sagen. Das war nun auch ihr großer Trost. Wenn ihr niemand ein gutes Wort gönnte, wenn sie von morgens bis abends arbeiten musste und ihr oft so unendlich schwer und traurig ums Herz war, dann klagte sie alles ihrem Heiland und dankte ihm, dass er sie lieb hatte und immer bei ihr blieb. Wie oft betete sie, Lieber Heiland, ich danke dir, dass du mir hilfst, geduldig und still zu sein und schenke bitte, dass Hans-Jörg dich auch kennenlernt und dich lieb gewinnt. Amen. Dann nahm sie ihre liebe Bibel und las darin, bis ihr kleines Herz wieder getröstet wurde. Besonders gern hielt sie bei der Bibelstelle in Römer 8, Vers 31 inne. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Dann schien ihr alles wieder erträglich. Sie wusste, dass Gott auf ihrer Seite war und das stimmte ihr Herz fröhlich. Eine andere Freude hatte sie auch noch. Manchmal, wenn Frau Linda zu Hause blieb, durfte sie die Sonntagsschule besuchen. Da konnte sie ihre liebe Lehrerin wiedersehen, wieder all die schönen Lieder singen und vieles hören, was ihr Herz stärkte. Aber wenn doch nur auch Hans-Jörg mitkommen könnte und wollte. Aber ihm durfte sie nie von den schönen Stunden erzählen. Er wurde dann immer böse und schrie, Hör auf, es interessiert mich nicht, was du machst. Wir müssen dich eben behalten und du musst zwar auf mich aufpassen, aber mehr will ich von dir nicht wissen. Schon am ersten Sonntag, als man ihr Wein zu trinken geben wollte, hatte Lena gesagt, sie trinke keinen Alkohol. Außerdem merkte sie, wie Herr Linda oft schlechter Laune war, wenn er vom Wirtshaus heimkam. Eines Sonntagmorgens, gerade als Lena hoffte, wieder zur Sonntagsschule gehen zu können, sagte Frau Linda, Lena, heute bin ich den ganzen Tag bis spät in die Nacht fort. Gib dir Mühe und mach alle Arbeiten ordentlich und pass auch auf Hans-Jörg auf, damit ihm nichts passiert. Lena versprach, ihr Möglichstes zu tun. Und sobald sie allein war, ging sie auf die Knie und bat den Herrn Jesus, ihr zu helfen. Dann machte sie sich an die Arbeit. Gegen Mittag rief Hans-Jörg plötzlich, Lena, ich will jetzt sofort mein Essen haben. Hast du's gehört? Bring es mir. Es ist bald fertig, meinte sie freundlich. Warte nur noch einen Augenblick. Der Junge brummte wie gewöhnlich, aber als nach kurzer Zeit ein herrlicher Pudding auf den Tisch kam, den Lena extra für ihn gemacht hatte, hältte sich sein Gesicht auf. Armer Hans-Jörg, sagte sie, als sie sich neben ihn setzte. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ich weiß, dass dein Rücken dir sehr wehtut. Und ich kann mir vorstellen, dass dir deiner oft wehtut, wenn du viel gearbeitet hast, antwortete er. Du bist hier bestimmt nicht glücklich. Es wundert mich, wie du es aushältst, wenn alle so unfreundlich zu dir sind. Oh, Hans-Jörg, ich könnte keinen Augenblick glücklich sein, wenn ich nicht etwas hätte, von dem du nichts weißt. Dort ist meine Kraftquelle. Der Junge blickte verwundert und neugierig auf. Sag mir dein Geheimnis. Hat dir etwa dein Vater einen Schatz hinterlassen? Sag es mir doch, Lena. Ich verrate es auch ganz bestimmt nicht. Nein, Hans-Jörg, mein Vater hat mir nichts derartiges hinterlassen, antwortete sie lächelnd. Aber meine Eltern haben mir ihre Bibel gegeben und mir auch den einen liebgemacht, der uns liebt und der lebte und starb, um uns zu erretten, nämlich der Herr Jesus Christus. Ich halte mich an seiner Liebe fest und die lässt mich immer fröhlich bleiben. Und wenn alle gegen mich sind, dann denke ich daran, dass Gottes Wort sagt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Lena wusste nicht so genau, wie viel der Junge von ihren Worten verstanden hatte. Aber an diesem Nachmittag war er viel stiller und nachdenklicher als sonst. Und als sie ihm den Tee brachte, fing er gleich wieder an. Ich sage dir, Lena, ich wundere mich oft, dass du nicht davonläufst, wenn du so oft ausgeschimpft wirst. Vielleicht würde ich es auch tun, meinte sie, wenn ich nicht all meine Probleme dem Herrn Jesus sagen könnte. Er bewahrt mich davor, zu klagen und hilft mir, immer wieder froh zu sein. Ja, Tag für Tag half der Herr Jesus Lena dabei, ihre Arbeit treu und geduldig verrichten zu können. Sie betete häufig für den Jungen und für seine Eltern. Sie fürchtete sich auch oft sehr vor dem Vater, wenn er betrunken und wütend nach Hause kam. Mit großer Enttäuschung hatte sie bemerkt, dass auch Hans-Jörg gern ab und zu einen Schluck aus Vaters Schnapsflasche nahm. Seit jenem Nachmittag war Hans-Jörg aber viel geduldiger und lebenswürdiger geworden. Er kommandierte sie nicht mehr herum. Im Gegenteil, nun hörte er Lena gerne zu, wenn sie ihm aus der Bibel vorlas oder von der Sonntagsschule erzählte. Einmal hatte er schon die Mutter gefragt, ob er nicht auch mal mitgehen dürfte. Lena wollte ihn im Rollstuhl mitnehmen. Die Mutter wollte aber nichts davon wissen und meinte, es sei schon genug, wenn das Mädchen dahin gehe. Unterdessen wurden Lena und Hans-Jörg gute Freunde. Der Junge kannte schon bald alle schönen Lieder und beide sangen sie nach Herzenslust, wenn sie allein zu Hause waren. Lena war jetzt sehr glücklich und konnte dem Herrn Jesus kaum genug für diese wunderbare Erhörung danken. Auch schien es ihr so, als ob die Eltern Linda jetzt weniger gereizt, ja oft sogar freundlich mit ihr umgingen. Eines Tages erzählte Hans-Jörg, Mutter hat von dir gesprochen und sie hat den Spruch, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, sogar Vater vorgelesen. Herr Linda hörte zufälligerweise die Bemerkung seines Sohnes und sagte nun zu Lena, hab keine Angst, Lena. Ich habe dich in all diesen Wochen hindurch genau beobachtet. Dein Verhalten hat mir mehr gezeigt als jede Predigt. Und dieser Spruch, den du unserem Hans-Jörg beigebracht hast, zeigt mir, woher du die Kraft bekommst, so zu leben. Lena konnte es kaum fassen. Bald darauf saßen sie gemeinsam beim Abendessen und Lena fühlte sofort, dass sie nicht mehr nur als geduldet und überflüssig behandelt wurde, sondern geliebt wurde. Ihre Augen leuchteten. Und plötzlich sagte Vater Linda, Weißt du, Lena, wir wollen jetzt nicht mehr unfreundlich zu dir sein und wollen auch nicht mehr über deine Bibel spotten. Wir möchten dein Geheimnis auch erleben. Und ich habe mir überlegt, wenn Gott dir so viel geholfen hat, so wird er uns ebenfalls helfen. Das wird er bestimmt tun, antwortete Lena ernst. Mutter hat mir gesagt, dass er immer gerne bereit ist, jeden zu segnen, der aufrichtig zu ihm kommt. Das ist schön, entgegnete die Mutter. Aber nun solltest du uns Onkel und Tante nennen und bei uns ein richtiges Heim haben. Damit schloss sie Lena in die Arme und küsste das Waisenkind innig und herzlich. Die Sonntagsschule dürft ihr nun zusammen besuchen, so oft ihr wollt. Dein Heiland soll nun auch unser Heiland sein. Bist du einverstanden, Lena? Lenas Herz jubelte und sie konnte kaum ausdrücken, wie glücklich sie war. Mit Jesus wollen wir nun alle einen Neuanfang machen und dir, liebe Lena, haben wir es zu verdanken, dass es in unserer Familie jetzt so gut ist. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Psalm 40, Vers 4 1. 3. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 15.